Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir heute noch einen Rundenkampf. Mein Talk Let's Play. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Die Errüstung aus 4 Schwert, 4 Pickels, Diamant. Etwas besserer PP. Ich werde das Video ziemlich groß halten, weil wir werden uns jetzt mal erst mal starten lassen. Halten bisschen. Prost, gut. Hier ist ein Tasten-Kombi. Da ist ein Tasten-Kombi. Da ist ein Tasten-Kombi. Ich habe ein bisschen was besorgt. Bisschen eine Farm-Bier, etc. PP. Eignen. Wie gibt es denn bei uns noch? Mit Bauern. Wie hast du halt auch die Kuh? Mit Kuh. Mit Kuh. Mit Kuh. Mit Kuh. Mit Kuh. Und später wird er auch noch schneller. Mit seiner Kuh kann sie quasi geht dann in so einem Radius-Wing. Mit seiner Kuh. Mit seiner Kuh. Mit seiner Kuh. Mit seiner Kuh. Mit einer Bauch wegkram. Mit unserer Kuh. Mit einem MS-Kabel, oder? Mit einer Ecke. Oh komm, das ist doch kein Regen heute. Noch ganz zu steuern. Hm? Ja, ja, ja. Also, ich mach das. Na, erstes kommt drauf, dann kommt blau, dann lila und dann gold. Und das schicke was? Drau, schlecht. Hier ist blau, ich rufe 3, lila, ich rufe 4 und gold nicht. Außer echt, da ist noch viel. Ja, ich glaube. Ja, ja, ja. Erstmal schnell gehen, wenn ich da was dorten. Die Leute, die mal 50 Folgen haben. Das Video wird auch heute auch online kommen. Kann man den zu meinem Boden schleifen? Ich werde aber auch ein paar Folgen ins Haus ausnehmen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Jetzt ist noch ein bisschen Holz. Ich hab' die Paprika nicht. Ja, die müssen die da rein. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Das war ein bisschen ganz, ganz schnell. Das war ein Zeug, das ist ja nicht im Osten, da ist mir das egal. Das war so viel Leid, das ist ja. Mal gucken, was ich da schnell rausbauche. Ah, jetzt weiß ich auch, wie da keine geht. Wir werden zwar dann noch öfters was machen heute. Ich werde die Frage aber diesmal ziemlich groß halten. Weil wir uns noch einige Sachen brauchen müssen. Dann etc. bebeten. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen Platz rumfahren. Da komme ich an die Reise nach. Das ist sehr wahrscheinlich, ne? Ich muss hier mal ein bisschen Platz haben. Ich habe hier schon drei Leute. Wir nehmen zwar den Teil öfter. Das wär doch nicht. Ich habe hier schon mal an den Stufen. Ich werde noch ziemlich kurz drücken, wie voll wird, das ist schon mal ein bisschen die LX-Würmer und die Settler-Zettel. Ich schneid's mir das schon mal drauf. Ne, gut Leute, was runter ist, steht. Und wir sehen uns dann bei der Echsenfolge.